Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Marco 2020. Die Marktkommunikation 2020 ist die wahrscheinlich größte regulatorische Änderung seit dem Anbanding und wird zum Dezember 2019 umgesetzt werden müssen. Es gibt mittlerweile ein Einführungsszenario-Feinkonzept vom BDW bezüglich der Einführung des Marco 2020 und da möchte ich euch mal zwei ganz relevante Punkte jetzt erklären. Zum einen ist es ja so, dass auch im Rahmen der Marco 2020 die gesamte Verantwortung über den Messwertversand auf den grundzuständigen Messstellenbetreiber übergeht, war in der Vergangenheit beim Netzbetreiber. Das bedeutet also auch, dass am 01.12. jetzt der grundzuständige Messstellenbetreiber überall als eben GMSB eingetragen sein muss. Das heißt auch bei allen Marktlokationen, auch von allen Lieferanten im eigenen System, muss der GMSB eingetragen sein. Dafür wird es nicht nochmal einen initialen Stammdatenversand rund um die Einführung der Marco 2020 geben, weil bis dahin alle Daten ja bereits hätten versendet werden müssen über die alten klassischen Prozesse. Der GMSB ist seit dem 1. Mai 2019 festgelegt und muss jetzt bis zum 1. Dezember definitiv von jedem Versorger und jedem Marktpartner sichergestellt im eigenen System abgebildet sein. Aber nicht nur das, weil er ja die Aufgabe übernimmt und deswegen natürlich auch alte Prozesse, die immer noch laufen, übernimmt, wird es auch durchaus passieren können, dass ein grundzuständiger Messstellenbetreiber auf eine alte Nachricht reagiert, die praktisch noch den Netzbetreiber vor dem 01.12. angestoßen hat. Das bedeutet aber auch, dass wenn zum Beispiel ein Messstellenbetreiber eine Nachricht jetzt storniert und dementsprechend eine Stornomeldung vom GMSB zum Lieferanten kommt und der Lieferant sagt, die Ursprungsnachricht war vom Netzbetreiber, dann darf der Lieferant dieses Storno nicht ablehnen. Klassischerweise würde man jetzt sagen, es ist nicht genau zuordnenbar, das ist offensichtlich nicht vom selben Versender und deswegen lehne ich dieses Storno ab. Das darf der Lieferant im Rahmen der Marco 2020-Einführung nicht machen. Er muss das Storno vom Messstellenbetreiber auf eine Nachricht des Netzbetreibers anerkennen, weil eben die Aufgaben des Netzbetreibers hier an den Messstellenbetreiber übergegangen sind. Der zweite wichtige Bereich ist die eigentliche Umstellung. Wie immer muss bei großen IT-Systemumstellungen der Energiewirtschaft eine kleine Downtime eingerechnet werden, also ein Systemstillstand, in welchem man sich darum kümmert, die Daten jetzt ganz konkret umzuwandeln, nur noch neue Varianten umzusetzen, praktisch das IT-System live zu schalten und dementsprechend werden für einen gewissen Zeitraum Nachrichten nicht mehr versendet oder zumindest nicht mehr angenommen. Und das passiert am 29. November 2019. Das ist ein Freitag und dieser Freitag ist jetzt offiziell der Tag des Systemstillstandes inklusive des darauf folgenden Wochenendes. Das heißt in der Praxis, dass wenn man eine Nachricht verschickt, die nicht auf etwas anderes referenziert, das heißt eine Erstanfrage, dann darf die nur bis zum Donnerstag, 28.11. um 12.00 Uhr versendet werden. Demingegen darf eine Nachricht, die auf etwas antwortet, die also auf eine andere Edifact-Nachricht referenziert, bis zum 29.11. 0 Uhr, frühes 0 Uhr versendet werden. Das heißt also, am Donnerstag, dem 28.11. werdet ihr als Energieversorger bis 12.00 Uhr neue Nachrichten noch versenden können und zwischen 12.00 und 23.59 Uhr nur noch Antworten auf vorher praktisch vom Marktpartner eingegangene Nachrichten verschicken dürfen. Am Freitag dann, 29.11. wird bis inklusive Sonntag spätnachts ein offizieller Stopp der gesamten Marktkommunikation stehen und der Freitag, 29.11. wird auch in den Feiertagskalender GBKE und GEDIGAS vom BDW aufgenommen. Dementsprechend gilt dieser Tag auch nicht mehr in der Fristenberechnung. Für Lieferantenwechsel und ähnliches ist der Freitag, 29.11. jetzt auch schon rauszurechnen. Das ist ein offizieller Fristenfeiertag im Sinne von GBKE und GEDIGAS. Aber Achtung, es gibt eine kleine Ausnahme, was die Gasallokationsaufgaben angeht. Für diesen Bereich, also für GABIGASaufgaben, gilt der 29.11. nicht als Feiertag. Für GABIGASaufgaben ist es ein ganz regulärer Werktag. Und jetzt zeigt sich mal wieder, wie krass irre die Marco 2020 Einführung ist. Für praktisch alle anderen Prozesse inklusive GELIGAS ist der 29.11. ein Feiertag. Und für die GABIGASaufgaben im Sinne von zum Beispiel der Allokation ist es ein Werktag. Wer sich mit diesen Themen konkret beschäftigt, sollte sich das Einführungsszenario Feinkonzept des BDW mal sehr genau anschauen. Dort sind alle konkret betroffenen Prozesse aufgeführt, die dabei jetzt angesprochen werden. Für alle anderen gilt, der 29.11. ist ein Feiertag und ist Systemstillstandstag. An dem Tag nichts mehr versenden, nichts mehr annehmen. Nachrichten, die doch noch eingehen sollten zu diesem Zeitpunkt, gelten als nicht zugestellt. Die werden gar nicht erst wahrgenommen. Ich bin mir sicher, das war bei weitem nicht das letzte Video, was ich zur Marco 2020 gemacht habe. Und wenn ihr als Stadtwerk oder Energieversorger ein Seminar vor Ort gebrauchen könnt, dann guckt einfach mal bei mir vorbei. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.